Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Update. Viele Grüße aus Deutschland. Ich bin aktuell bei meinem Bruder und seiner Frau zu Besuch, beziehungsweise um meine Mutter im Krankenhaus zu besuchen, deswegen mein aktueller Deutschlandaufenthalt. Ich werde wahrscheinlich nicht allzu viele Videos hier hochladen können, nichtsdestotrotz ab und an wollte ich mich mal melden und einfach mit euch zusammen auch in die Charts zu schauen. Ich nehme das Ganze über Tablet auf, das heißt ich muss das so ein bisschen wie Chris, MMCrypto und wie sie alle heißen, für Arme machen. Das heißt ich bin hier auf dem Tablet unterwegs, aktuell werde ich dann zwischen diesen Fenstern immer wieder herumspringen. Ich hoffe dennoch, dass wir hier die wichtigsten Informationen dann miteinander auch teilen können. Also ich würde sagen, wir springen mal direkt rüber in den Bitcoin Chart. Wir sehen, wir sind enorm angestiegen in den letzten drei Tagen. Das lag nicht zuletzt daran, dass entsprechend der US-Dollar seine Stärkung bekommen hat und zwar wurde er um 0,75% angehoben bei der FED-Sitzung am Mittwoch. Da soll man erstmal meinen, ja gut, das ist ja eigentlich eher bullisch für den US-Dollar. Das sollte bedeuten, dass Bitcoin theoretisch sich weiter nach unten bewegen sollte, aber das war nicht so und das liegt an mehreren Gründen. Punkt 1 ist, dass der Markt bereits schon diese 0,75% im Markt eingespeist hat. Das heißt, das haben schon alle erwartet und das war letztendlich auch schon hier in diesen gesamten Bewegungen drin. Punkt 2 ist, dass entsprechend mit dieser kräftigeren Zinsanhebung, die aber trotzdem die Prognose getroffen hat, ist mehr oder weniger so interpretiert wurde, dass gesagt wurde, ja gut, der Wirtschaft kann es dadurch ja vielleicht besser gehen. Und das ist ein Schritt, um letztendlich der Rezession dann auch entgegenzuwirken. Wie kriege ich das weg? Super. Was bedeutet, möglicherweise wird einfach dieser Risk-Off-Modus heruntergefahren und wir haben wieder ein etwas anlegerer, freundlicheres Umfeld, was letztendlich dann auch hier diesen Aufwärtsimpuls bewirkt hat. Natürlich ist das auch etwas künstlich, wenn wir es einfach mal so, ich sag mal, interpretieren möchten, weil dieser starke Anstieg vor allem jetzt natürlich durch diesen Relief, durch dieses, okay, es ist doch nicht so schlimm, wie erwartet gekommen ist. Deswegen müssen wir warten, was jetzt letztendlich die Inflation in den nächsten Monaten auch mit sich bringt. Bitcoin stabilisiert sich weiterhin und das ist auch das, was wir so in den letzten Tagen, Wochen, teilweise auch Monaten bereits schon erwartet haben, dass wir uns eher seitwärts bewegen und kommen jetzt langsam wieder an einen spannenden Punkt. Wir sind bei der 24k-Marke. Erstmal sollten wir zurück auf Monatsbasis gehen, um auf Monatsbasis mal zu schauen, Entschuldigung, Wochenbasis, wo sind wir unterwegs? Monatsbasis macht jetzt erstmal noch keinen Sinn, weil wir auf Wochenbasis die großen Levels haben, die uns interessieren. Wir haben darüber gesprochen, dass wir hier in diesem Bereich der 27k diese Ineffizienz vorliegen haben. Das heißt also hier könnte es möglicherweise zu einem Retest kommen. Warum ist das so? Nochmal kurze Erinnerung, wenn wir letztendlich eine Abwärtsbewegung feststellen, dann sehen wir, dass hier unten nicht nur institutionell, sondern möglicherweise auch durch private Trader hier dieser Dip gekauft wurde. Jetzt hat sich der Markt nach oben bewegt und einige dieser Retailer wurden mitgeschleppt. Was bedeutet, sobald der Markt hier oben wieder stärker abverkauft wird, sind hier unten große institutionelle Positionen drin und hier oben große institutionelle Positionen. Die sind quasi in dem Maß, wo die Positionen, die hier long drin waren und der Markt ins Minus geht, sind die noch offen. Das heißt also, der Markt ist gehedged unterwegs. Der Markt ist von diesem Bereich hier, von diesem großen Ankauf, von diesem großen Verkauf, sobald das tief unterschritten wurde, ist der Markt hier neutral unterwegs. Mit Markt meine ich die großen Institutionen und Banken. Was bedeutet, dass die Positionen, die gerade noch offen sind, die vorher hier den Dip gekauft haben, im Minus sind? Und die wollen natürlich im besten Fall break even oder mit Profit geschossen werden. Was bedeutet, dass eben der Markt möglicherweise diesen Bereich antestet und die sogenannte Ineffizienz damit schließen kann, wodurch diese long Positionen, die hier aufgebaut wurden, aus dem Markt herausgeschlossen werden können und die positiven im Profit sich befindlichen Short Positionen weiter ausgebaut werden können. Ob und wann das der Fall ist, können wir nie zu 100% wissen. Wir können nie genau wissen, wann ein Hedge aufgelöst wird oder teilweise reduziert wird. Das können wir maximal im Volumen irgendwo vergleichen, denn was wir schon sehen ist, wir haben hier in diesem Bereich relativ wenig Volumen bekommen und jetzt sind wir in einem deutlichen Hochvolumenbereich. Das heißt, dass hier gerade Positionen immer und immer weiter etabliert werden. Und das ist eher ein positives Zeichen für den Markt, denn was wir bei ansteigenden Kursen sehen wollen, ist immer ansteigendes Volumen. Das wollen wir sehen, um zu erkennen, Positionen, das Geld, das Kapital, was in die Märkte kommt, und das führt dazu, dass neue Positionen geöffnet werden und wenn jemand kauft, muss jemand anderes verkaufen. Das ist entsprechend die Umverteilung, das Wechselspiel, das muss an der Börse so sein. Und wann immer jemand kauft und das dazu führt, dass das Open Interest, das heißt die offene Kaufposition, jetzt für steigende Kurse sorgt, bedeutet das, dass hier keiner mehr verkaufen möchte und der Markt einen Bereich höher springen muss, um diese Kauforder mit der nächsten Verkaufsorder zu bedienen. Und dadurch springt der Preis nach oben. Und das heißt also, je mehr Volumen in den Markt kommt, desto größer wird in aller Regel das Open Interest. Und wenn das Open Interest für steigende Kurse sorgt, dann sehen wir, dass das eine gesunde Bewegung ist. Und das ist definitiv der Fall. Deswegen auf Wochenbasis gerade sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz müssen wir noch ein bisschen aufpassen, weil wir natürlich auch hier immer noch die Price Action sehr, sehr bearish sehen. Wir haben gesehen, dass der Markt hier am Anfang der Woche erstmal abverkauft wurde. Wir haben diese Spitze gesehen, die per Schlusskurs nicht mehr überschritten wurde. Ich mache es mal hier mit dieser horizontalen Linie fest. Da sehen wir, dass der Markt hier nicht drüber geschlossen hat in der Vorwoche, jetzt aber nahezu wieder nach oben geht. Sollten wir bullisch schließen, das heißt, sollten wir oberhalb dieser 22.700 Dollar schließen, oder 22.500 bis 22.700 mache ich jetzt einfach mal, sollten wir in diesem Bereich schließen, ist das ein sehr bullisches Signal, beziehungsweise schließen wir drüber, ist das ein bullisches Signal, schließen wir in diesem Bereich, ist das ein relativ bearishes Signal, weil dann haben wir hier so eine Art Double Rejection auf Wochenbasis, was schon extrem stark ist, sowas wie hier quasi. Das kann dann für einen deutlichen Impuls wieder nach unten sorgen. Aber sollten wir drüber schließen, bullisches Signal, definitiv erste Haltestelle 27k, zweite Haltestelle 28k. Diese beiden Effizienzen. Schließen wir bei 22.500 bzw. 27k und drunter, sind wir kleiner unterwegs, dann bedeutet das, wir werden uns mit großer Wahrscheinlichkeit die Tiefs hier holen. Gehen wir jetzt mal zurück auf Tagesbasis. Auf Tagesbasis erkennen wir, dass der Markt auch hier in diesem Bereich sich nahezu konsolidiert. Das ist die aktuelle Spitze, die überwunden werden muss. Auch hier kommt gerade noch Rejection rein. Aber was wir feststellen können, wir bilden in der sukzessive höhere Tiefs. Und das bringt natürlich für diese Gesamtbetrachtung einen sehr, sehr bullischen Impuls mit sich. Höhere Tiefs heißt, dass immer zu schlechteren Preisen eingekauft wird, um den Markt nach oben zu forcieren. Heißt für uns, wir haben hier gerade unseren Bereich, wo wir unsere mögliche Rejection dann auch gerade bekommen. So, sind aber da Price Action technisch schon langsam drüber gebrochen. Wir haben hier unsere Art aufsteigendes Dreieck. Wie kriege ich es hin? Anker zu positionieren. Kriegt ihr es hin? Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Genau. Das heißt, wir haben hier so eine Art aufsteigendes Dreieck gebildet bekommen, wo wir gerade Price Action technisch sehr, sehr bullisch, sehr, sehr positiv unterwegs sind. Natürlich kann in diesem Bereich, wo wir hier bereits schon gesehen haben, da wurden hoch gebildet und mit ordentlichem Volumen auch rejected, natürlich kann das dazu führen, dass wir in diesem Bereich erstmal mit weiterer Rejection sorgen, also beziehungsweise mit weiterer Rejection rechnen müssen. Nichtsdestotrotz, das hier, hier oben bei den 24,3 ist der Turning Point. Das ist der spannendste Punkt, den wir hier haben. Das ist das bisherige Price Action hoch, was der Markt per Schlusskurs überbieten muss. Sollten wir heute Abend weiterhin so schließen, können wir erstmal damit kalkulieren und damit rechnen, dass wir ein kleines Retracement bekommen. Hier ist viel Volumen, hier ist viel Umverteilung, 22,6, 22,7 ist dann das Ziel. Schließen wir bullisch, schließen wir irgendwo in diesem Bereich hier oben, sollten wir irgendwo in diesem Bereich hier oben schließen, dann ist das ein extrem bullisches Zeichen, sodass wir davon ausgehen, dass entsprechend der Markt dann sich mit dem nächsten Impuls nach oben bewegt und da haben wir sehr, sehr schön hier auch diesen Bereich, diese Ineffizienz bei den 26,5, wo wir dann tatsächlich erst den nächsten Impuls, den nächsten Test erwarten. Das heißt, das ist unser großes Ziel für den Bullenimpuls. Dafür brauchen wir eine Akkumulation, eine Stabilisierung hier in diesem Bereich. Um das zu verifizieren, gehen wir ganz kurz in den Kumulierungs- und Distributionsindikator. Das ist der, der das Volumen quasi mit der Kerzenbewegung in Verbindung bringt. Das haben wir hier sehr schön dargestellt. Den kennst du schon aus unseren weiteren Analysen. Wir sehen, aktuell ist hier der Markt sehr, sehr schön in einer Harmonie. Wir kriegen deutlich höhere Hochs im Indikator, aber noch nicht stark deutlich höhere Hochs hier im Markt. Würde bedeuten, wenn wir nochmal zurücksetzen und ein höheres Tief bekommen, ist das für uns auf jeden Fall ein extrem bullisches Signal, dass wir dann weiter nach oben durchbrechen. Jetzt die Bewegung nach oben, wie gesagt, die ist gerade ein bisschen geblockt. Wir sehen, da ist gerade auch ein bisschen, ja mehr oder weniger so ein bisschen Pause bei der Bewegung, was aber auch natürlich klar ist, weil wir in diesen Widerstandsbereich kommen und gerade uns stark nach oben bewegen. Springen wir in diesem Kontext nochmal kurz auf die kleinere Zeitanheit H4. Und auf H4 sehen wir, da kommt gerade die Rejection. Wir haben es mehrfach versucht, in diesen Bereich zu kommen. Sorry, ich nehme eben das Fadenkreuz. Haben es mehrfach versucht, in diesen Bereich da oben auch zu kommen. Sehen, dass wir hier schon eine kleine Divergenz haben. Höhere Hochs, tiefere Hochs. Das kann natürlich für Rejection sorgen. Wir haben hier diese aggressive dynamische Unterstützung, die von diesem Hoch rejected werden kann. Wir werden nach unten fallen und hier sehen wir, Price Action erwarten wir bei den 22,8 bis 22,6. Sollten wir in diesem Bereich zurückkommen, können wir sogar mal unser Fibonacci Tool an den Tag legen und können möglicherweise von dieser Bewegung sehen, dass wir in dem Bereich des 61,8 bis 50er Retracing-Bereiches eine sehr, sehr schöne Rücksetzungszone haben, die einhergehen würde mit, wir retesten den Liquiditätsbereich hier unten, weil wir sehen, dass diese Ineffizienz, ja, ich zeichne die nochmal kurz ein, dass die Ineffizienz zwischen diesem Hoch, da haben wir das Rechteck, die Ineffizienz zwischen diesem Hoch und diesem Tief noch nicht ganz gefüllt ist. Das heißt, wir haben hier noch einen kleinen Test, den wir abwarten können und sollte der kommen, sollte der kommen, würden wir uns Bullish positionieren für den Breakout nach oben. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr wahrscheinlich ein eher bullisches Szenario, sollten sich auch die Indizes weiter positiv entwickeln, sollte der Markt stabil bleiben, dann sieht das sehr gut aus. Dass wir jetzt sofort nach oben durchbrechen, kann sein, ich würde es dann eher als korrektives Hoch sehen, sodass wir hier einmal die höheren Hochs abgreifen, die Liquidität, weil wir sehen ja, hier kam ordentlich Volumen rein, nimmt gerade aber auch schon ab, das spricht eher für einen kleinen Short-Impuls und dann aber mit dem Retest und entsprechend dieser Akkumulation haben wir eine große Wahrscheinlichkeit, hier weiter nach oben zu gehen. So, jetzt springe ich nochmal um auf die Kamera und mich nochmal zu verabschieden. Also das heißt, wir haben im Kontext des Marktes aktuell ein relativ bullisches Verhalten. Wir haben die Möglichkeit, ein Client's Retracement zu bekommen, in Richtung 22.600 bis 22.800 US-Dollar, um dann nochmal in den Ausbruch nach oben zu kommen. Die Ineffizienzen, die da oben liegen, plus eben letztendlich das Volumen, was mit dem Open Interest beziehungsweise mit der Volumenentwicklung sehr, sehr schön einhergeht, zeigt definitiv das Erholungspotenzial bis zu dem 27K vorliegt, um die Ineffizienzen zu schließen und dann müssen wir uns anschauen, wie es da letztendlich auch dann komplett mit der Price Action aussieht, aber bis dahin ziemlich bullisch unterwegs. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, viele Grüße von uns, viele Grüße auch von meiner Mutter. Ihr geht's wieder deutlich besser und ich bin froh, hier zu sein nach über dreieinhalb Jahren, nachdem ich nicht mehr hier in Deutschland oder auch bei Familie war. Definitiv ein schönes Gefühl wieder. Ich melde mich die Tage. Bis bald. Bleibt gesund und munter. Euer Dominik von der World Story. Ciao, ciao.